Hallo! Ja, heute machen wir wirklich so ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Spül- und Massageschwemme sind ja schon bekannt. Und heute machen wir wirklich so einen Peeling-Massage-Handschuh. Ideal für gemütliche Zeit in der Badewanne oder unter der Dusche. Ich finde es wirklich eine perfekte Geschenksidee. Es geht wahnsinnig schnell. Und in Kombination mit einer gut riechenden Seife oder einer Packung Tee dazu finde ich das einfach wirklich eine ganz nette Geschenksidee. Ja, was brauchen wir heute dazu? Einfach ein Knäudel von der Bobbelwolle, eine Häkelnadel Nummer 3, eine Stumpfennadel zum Fädenvernähen, einen Maschenmarkierer und eine Schere. Ja, das ist wirklich so eine Beschäftigung, was auf einen Abend in ein paar Stunden fertig ist. Wie gesagt, wirklich so eine Geschenksidee, was jeder brauchen kann und schnell fertig ist. Also, dann geht's los und ran an die Nadel! Als kleines Weihnachtsspecial von mir gibt es natürlich wieder Tee im Knäudel plus eines gratis. Ihr sucht euch wieder eure Farben nach der Wahl aus oder nach einem Wunsch und bestürzt es einfach bei mir oder holt es im Geschäft ab. Die Farbvorschläge sind wieder im Anschluss. Perfekt, dann starten wir gleich mit dem Fadenring. Wir machen einen Fadenring, der Vorteil vom Fadenring ist wirklich, dass der ganz flexibel ist und mit der ersten Masche fixieren wir den Fadenring. Dann wird eigentlich alles in Stäbchen und Halbstäbchen gearbeitet. Ihr macht's bitte in den Fadenring 10 Stäbchen. Stäbchen heißt immer Faden holen, durch die Lasche, durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Ich mache jetzt wieder weniger Stäbchen, damit ihr nur das Grundprinzip von diesen Handschuhen setzt. Wenn ihr eure 10 Stäbchen habt, dann wirklich am Startfaden anziehen und so eng ziehen. Und wir arbeiten wirklich spiralenförmig. Das heißt, wir schließen die Reihe nicht mit einer Masche, sondern arbeiten endlos weiter. Und deshalb dieser Maschenmarkierer, damit ihr seht, wo ist immer mein Anfang. In der zweiten Reihe verdoppeln wir jetzt die Stäbchen der ersten Reihe. Das heißt, in einem Stäbchen der Vorreihe setzt es zwei Stäbchen. Somit habt ihr dann statt zehn Stäbchen in der zweiten Reihe 20 Stäbchen. In jede Lasche immer zwei reinsetzen. Das Gehen ist ja auch wirklich praktisch, weil man sieht eigentlich nicht, wo man ein bisschen unregelmäßig arbeitet. Und wie gesagt, es ist ein toller Peeling-Effekt. Ups, heute bin ich zu Schwung voll. Kann auch mehr passieren. So, ich zeige euch das noch einmal. Einmal zwei Stäbchen in eine Masche. Also in der zweiten Reihe verdoppeln wir. Dann häkelt ihr eine Reihe drüber, ohne zu verdoppeln. Und dann macht ihr in jeder zweiten Masche zwei Stäbchen. Das heißt, einmal eine und dann zwei Stäbchen. Dann häkelt ihr drei Reihen ganz normal drüber, also die gleiche Menge wie in der Vorreihe. Und dann machen wir das noch einmal, dass wir jede zweite Masche verdoppeln. Dann wird wieder in jede Reihe nur ein Stäbchen gesetzt. Das machen wir circa, bis der Handschuh so 14 bis 15 Zentimeter lang ist. Einfacher jederzeit probieren. Und zum Schluss ändern wir, dass wir da wirklich ein Bündchen kriegen. Anstelle von Stäbchen machen wir dann Halbstäbchen. Also eine Reihe Halbstäbchen. Halbstäbchen bedeutet in Faden holen und gleich durch alle drei Schlingen auf einmal. Der Grund ist das, dass wir dann praktisch so ein Bündchen kriegen. Das machen wir eine Reihe. Und in der zweiten Reihe, damit das Bündchen kompakt und enger wird, lassen wir immer eine Masche aus und setzen das Halbstäbchen in die nächste Masche. Wieder eine Masche aus und das Halbstäbchen in die nächste Masche. Und dann zum Schluss noch eine Reihe Halbstäbchen drüber. Genau. Und der letzte Teil für heute ist dann wirklich dieser Aufhänger. Da machen wir einfach 15 Luftmaschen. Ich mache wieder ein bisschen weniger. Schließen wir mit einer Kettmasche. Und in diese 15 Luftmaschen setzen wir 20 Halbstäbchen, damit es dann wirklich ein kompakter Griff oder Aufhänger wird. Genau. Die Fäden abschneiden, Fäden vernähten und fertig ist unser netter Massagehandschuher. Gut. Viel Spaß beim Nachhäkeln. Viel Spaß beim Weiterschenkeln und hoffentlich entspannte Zeit in der Badewanne. Schöne Zeit und vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.